Protoz-Kommander, hier spricht General Edmund Duke von der Terranischen Dominion Armada. Sie haben unseren Luftraum verletzt und mit Ihrem unbedachten Angriff auf die Zerg Menschenleben in Gefahr gebracht. Ich fordere Sie hiermit auf, Ihre Schiffe sofort zurückzuziehen. Sollten Sie dieser Aufforderung nicht nachkommen, werden wir ohne zu zögern das Feuer auf Ihre Schiffe eröffnen. General Edmund Duke, ich bin Tassadar und Ihr seid mir wohl bekannt. Die Großzügigkeit, die ich Euch und Euren Begleitern in der Vergangenheit angeneihen ließ, scheint ein Fehler gewesen zu sein. Solltet Ihr weiterhin Euren Kurs beibehalten, werden wir Eure läppische Flotte bis auf den letzten Mann zerstören. Ich nehme an, dass dies eine Antwort mit feindseligem Unterton war. Im Slankball. Warte auf Befehle. Juhu. Wir werden angeregt. Wir werden angeregt. Jetzt wir uns wiederholen! Lass uns ein wenig weiterverhalten. Verteidig! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Haske befehlt! Ja, wir werden unter dem Schrei! Wir haben das besser! Alle! Dein Stärkbein. Jo, alle! Dein Stärkbein! Jo! Kukla! Kyo! Achtung ist Helbig! Kack! Mach doch auf Befehle! Kyo! Jogal! Mach doch auf Befehle! Fortschrug! Dann setz euch auf auf Befehle! Ohge vi! Doch, der ganze Wacht, die mods! Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017